Guten Tag, mein Name ist Jörg Schneider. Ich bin Ihr Ansprechpartner für die Durchführung von Komplettbädern. Wir führen die Renovierungen mit allen Gewerken komplett aus einer Hand aus. Die Beratung, Planung und Angebotserstellung setzt sich aus mindestens drei Terminen zusammen. Unterstützung bekomme ich durch meinen Partner und meine insgesamt 16 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Zuständig für die Elektroarbeiten ist Herr Uwe Büscher, Geschäftspartner und Teilhaber der Firma. Die Heizung- bzw. Kundendienstabteilung führen Felix Fechner und Peter Schimscher. Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann rufen Sie uns einfach an und vereinbaren Sie einen Besuchstermin. Oder besuchen Sie uns an unserem Schautag. Dieser findet jeden ersten Sonntag im Monat in der Zeit von 14 bis 17 Uhr statt, ohne Beratung und Verkauf. Wir freuen uns auf Sie!